Bei allem, was recht ist auf dieser Welt. Der Radio-Zusar-Rechtstipp mit dem Uelzener Anwalt Christian Teppe. Der Thermomix-Fall. Das Landgericht Wuppertal hatte in diesem Jahr einen ganz besonderen Fall zu verhandeln, der ganz aktuell entschieden worden ist, und zwar um einen Thermomixer. Das sind solche Geräte, in die man wohl irgendwelche Lebensmittel hineintut und dann auf ein paar Knöpfe drückt, um dann hinterher ein fertiges Essen rauszubekommen. Und das Besondere bei diesen Geräten ist ja, dass man die nicht im Supermarkt oder im Fachhandel kauft, sondern dass dafür so spezielle Mitarbeiter dieser in Wuppertal ansässigen Firma Vorführungen machen, um dann dieses Gerät an den Mann oder insbesondere wohl auch an die Frau zu bringen. Und diese Beraterin oder dieser Berater hat es offenbar wohlwissend unterlassen, zu sagen, dass sechs Wochen nach dem Kauf ein Modellwechsel stattfindet und dass plötzlich ein viel neueres, viel moderneres, mit weiteren Möglichkeiten versehenes Küchengerät auf den Markt kommt. Und nun sagte dann die Käuferin oder der Käufer, so kann es ja wohl nicht sein, ich möchte jetzt hier Schadensersatz haben, ich möchte das neue Gerät haben, weil mir das arglistig verschwiegen worden ist, dass es einen Modellwechsel gibt. Und da hat das Landgericht Wuppertal gerade entschieden, dass es keine Aufklärungspflicht der Verkäuferin oder des Verkäufers hinsichtlich eines möglichen Modellwechsels gibt. Das betrifft natürlich nicht nur diesen Thermomix-Fall, sondern natürlich auch andere Fahrzeuge, beispielsweise der potenzielle Käufer muss sich schon selbst Gedanken machen, er ist eben mündiger Bürger und Vertragsfreiheit gilt hier auch. Es ist nicht alles nur auf den Schutz des Verbrauchers ausgerichtet und so ein Modellwechsel, den der Verkäufer mit seiner Firma plant, muss er nicht seinem Kunden an die Hand geben. Der Verkäuferin Der Verkäuferin Der Verkäuferin Untertitelung des ZDF, 2020